Hallöchen zusammen. Hallöchen, Pupplöchen. Noch ein bisschen Autofahren erstmal. Kleines bisschen aufwärmen und dehnen. Heute habe ich noch ein bisschen Haarfarbe in meinen Haaren. Hände. Man muss immer so ein paar Stunden einwirken. Und deswegen muss ich die Füße auch noch mit dazu nehmen. Hoch und runter. Hoch und runter. Hier so rum noch ein bisschen dehnen. Dehnen. Die Füße vielleicht auch noch so ausschlackern so vorne. Kreisen. Kreisen. Kreisen ist besser als ausschlackern. Ich habe gehört, ich bin recht gemütlich unterwegs. Auch gut, ne? Man muss nicht immer alles super schnell machen. Kann man auch, aber ich weiß nicht, ob ich das schon so gut kann. Alles in super schnell. Hier so ein bisschen drücken jetzt. Also so ein richtiges Workout mit Zeiten, dass man immer auf die Uhr guckt. Das ist natürlich noch viel effektiver. Aber naja. Dann muss ich alles machen. Acht Minuten. Kann sich schon mal ausziehen. Dann bin ich fertig. Gucken wir mal. Dann ein bisschen runter gehen. Das hört man doch. Ja. Noch ein bisschen, bis ich den Schrank gleich wieder treppe. Weil der wieder zu nahe ist. Auf der anderen Seite ist aber auch kein Platz, weil da auch ein Schrank ist. Kann einfach nicht so weit runter gehen. Und so weit es geht dann vielleicht runter gehen, wenn ihr das könnt. Jetzt habe ich mir nicht ganz so viel Zeit. Ich werde hier wieder ein bisschen bedrängt. In meiner Freizeit. den wenigen, die ich am Tag habe. Und der Kater hat Hunger, habe ich gemerkt. Ist ganz schnell runter gerannt. In der Hoffnung, dass es was zu essen gibt. In der Hoffnung, dass es was zu essen gibt. Wohin bin ich irgendwo in meinem T-Shirt hängen geblieben. Da ist scheinbar nichts kaputt. Da habe ich ein neues von Schein. Eine neue Scheindurstellung. Letztens angekommen. Dreht euch mal ein bisschen im Kreis. Oh Gott. Fast verloren. Oh Gott. Und das ist halt eine Suppe Übung. Den kann ich nämlich nicht so gut. Auch wenn ich normal hole. Dann geht das einfacher. Sehen wir ein bisschen affig dabei aus. Egal. Nicht so schlimm. Wie war das Wetter heute bei euch? Hattet ihr schönen Sommer? Also wir hatten, ich glaube es ging auf maximal 20 Grad hoch. Ja. 20 Grad. Und Sonne und Wolken. Man könnte aber die Beine noch so dazu bewegen. So wie es halt geht. Ich kriege es noch nicht ganz so gut hin. Wenn man joggt. Tudu. Machen wir ein paar Squats machen. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Und los. Fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. So ein bisschen die Schultern dehnen. Reifen nach hinten schmeißen. Und mein Bauch. Mein Bauch. Mein Bauch, den Bauch. Hat der geknurrt. Dann muss ich noch mal die andere Seite versuchen. Versucht ihr auch mal die andere Seite, die ihr nicht so gut könnt. Ich versuch's auch mal. Wir machen eine Wette. Wir müssen versuchen, es wenigstens fünf Sekunden zu schaffen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Naja gut, es waren drei Sekunden. Und das war der Hocker. Besser drei als gar nicht. Noch mal versuchen. Es ist wirklich seltsam, dass das nicht funktioniert. Mit der anderen Seite. Aber naja. Du musst ja nicht alles auf einmal machen. Die Arme ein bisschen bewegen. Ein Flugzeug und ein Vogel. Ein Flugzeug bewegt seine Arme nicht. Tut mir leid. Wie ein Vogel. So. Fly. Fly. Fly like a bird. Fly like a bird. Und hier schön Tempo. Verkänt sich wieder die Arme zu bewegen. Sonst geht er noch ein bisschen weiter in die Knie gehen. So. Jetzt noch eine Runde hier drehen. Gern noch hoch wieder in die Beine. Mit vorne. Mit nach vorne. Mit vorne. Mit zur Seite. Mit zur Seite. Und nach hinten. und nach hinten und zur Seite und zur Seite. Und jetzt wollen wir aber aufhören. Wäre ja schon 10 Minuten. So, das war so ein Moment. Einmal flinken machen wir noch. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Auf die Blitze, fertig und los. Jetzt wollen strengt. Jetzt wollen strengt. Ich werd das nie können. Ganz rotes Gesicht. Ja, ich muss jetzt mal duschen gehen. Die Farbe ist schon fest. Ich wünsch euch was. Bis bald. Tschüssi. wars.